hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute seht ihr mal aufnahmen die mann gemacht hat als ich im urlaub war der nämlich freundlich mit frisch geschlüpften artemia weiter gefüttert und hat das richtig toll gemacht wie ihr seht hat er sich an meine vorgaben gehalten und zu dem zeitpunkt war das ende juni das heißt da waren wir noch so zwei zentimeter lang und die haben sich echt gut entwickelt man sieht das schon bei den ersten dass das gelb kommt bei dem master guest die roten sind natürlich schon längst am leuchten und hat das immer für mich gefilmt total süß singe qualität nicht ganz so gut aber ich denke das werden sie verkraften man sieht ja ganz schön die gelben und am anfang das war übrigens der papa genau ich muss das so ein bisschen synchronisieren jetzt gibt er ihnen artemia und ihr seht die füttern die fressen fleißig das jetzt von vier oder fünf tagen abstand die aufzeichnungen und ich habe mich total gefreut dass die da trotzdem so gut weiter versorgt werden konnten ich kann euch jetzt schon sagen dass die tiere alle super gewachsen sind also die nächsten updates werden dann noch mal echt richtig interessant und ja aber ich glaube so ein kleines update ist für euch auch mal ganz toll und die nächsten werden wieder länger versprochen in diesem sinne wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut ciao Untertitelung des ZDF, 2020